Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem iD-Kanal. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Video vom lieben Sonnenseite. Und zwar 28 Rätsel, die deine Aufmerksamkeit testen, wirklich jedes Detail zählt. Also Freunde, ich würde sagen, wir machen in der heutigen Episode wahrscheinlich alle Rätsel oder probieren wir mal fast alle Rätsel aus, Leute. Und deswegen hole ich mir auf jeden Fall meinen Taschenrechner und wir werden das Ganze mal aufzeichnen, Leute. Denn jedes Rätsel, das wir schaffen, gibt es einen Punkt. Probiert am Ende des Videos mehr Punkte zu erreichen und ihr kriegt am Ende einen Keks. Ja, lasst einen gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Let's go! Okay, wärmen wir uns erst mal auf. Wie viele Figuren siehst du auf dem Bildschirm? Zähle jede einzelne. Okay, ähm... Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sieben, 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 sieben. Zehn! Hier sind acht große und ich hoffe, du hast auch die zwei kleinen da bemerkt. Ja klar! Die Antwort lautet also zehn. Let's go, Punkt eins. Finde das seltsame Bild und nein, da ist kein Bild von mir dabei. Okay, ich hab's. So Leute, wer es jetzt noch nicht gefunden hat, hier, hier, das, das, der rechts hier. Ja genau, da ist es. Let's go. Hier kommt noch eins für dich. Aufgepasst. Äh, was? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay Leute, für den Fall der Fälle, dass irgendwas sich hinter meiner Facecam befindet, kriegt ihr den Punkt sowieso automatisch. Also, hier war der, hier, der lächelnde Frosch, ne? Schau, da ist es. Und jetzt wird's noch schwieriger. Hier ist ein Bild von vielen Tieren. Entdeckst du zwei, die genau gleich aussehen. Was? Bro. Hier ist der eine Hase und da der andere. Nein. Das hat, das, das, das war wirklich zu schwer. Das war wirklich. Wow, wow, wow. Siehst du hier zwei Emojis, die gleich aussehen? Ähm, ähm, alle? Unten links und das, ja. Ja, 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 genau, 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 genau. Ich hab den unten links gesagt. Ich hab den unten links gesagt. Ich hab den gesagt. Come on. Komm, gehört mir den Punkt. Bereit, denn jetzt kommt ein Rätsel für dich. Okay. Manuela ging in ein Café, um zu lernen. Sie bestellte eine heiße Schokolade und ein Croissant. Sie gab etwas Zucker in ihr Getränk, rührte um und bemerkte eine Fliege in ihrer Tasse. Manuela bat den Kellner, ihr eine neue Tasse heiße Schokolade zu bringen. Das ist kein neues Getränk. Sie haben nur die Fliege rausgenommen. Wie kam sie darauf? Sie hat einen Würfel reingelegt und, äh, wenn er noch süßer schmeckt, als wenn sie keinen Würfel reingelegt hat, dann würde er, ähm, also wenn er, wenn er genauso süß geschmeckt hat wie der andere, dann ist es der gleiche, ne? Und warum hat sie einen Löffel in der linken Hand? Hat sie den geschmacklich abgeprobt? Ich bleib mal dabei. Erinnerst du dich, dass Manuela Zucker in ihre heiße Schokolade getan hat? Warum macht man das? Und das vermeintlich neue Getränk war schon süß. Tja. Anja ist verschwunden. Die Polizei verhörte drei Verdächtige. Die erste war ihre Freundin Elke. Sie war die letzte, die mit Anja gesehen wurde. Elke sagte, sie seien zusammen schotten gewesen. Und danach seien beide nach Hause gegangen. Anjas Freund Walter sagte aber, dass sie nicht nach Hause gekommen sei. Er nahm an, dass sie bei Elke geblieben war. Der letzte Verdächtige war Anjas Vater, der in einer anderen Stadt lebte. Er sagte, er wusste nicht mal, dass er eine Tochter hat. Wen sollte die Polizei verhaften? Ja, ganz klar den Vater. Warum hat er denn ein Bild von ihr auf dem Tisch? Hä, ist der dumm? Sie sollten Anjas Vater verhaften. Er erzählte, er wusste nicht, dass er eine Tochter hat. Aber da steht ein Bild von Anja auf dem Tisch. Ja, das ist eins zu eins so wie jeder. Jeder in einer höheren Position, der es sich nicht erlauben kann, Fehler einzugestehen. Wenn er sagt, hm, unser Spiel ist fantastisch. Ja, ich nehme Take-Two Interactive. Unser Spiel ist jetzt fantastisch, in einem fantastischen Zustand. Und dann zeigst du ihm in einem Video, worauf ich reagiert habe, mit 5000 Glitches in der Version 1.04. Und er sagt dann, ja, trotzdem, das Spiel ist fantastisch. So, genau so. Ein toller Vater, oder? Ja, ganz, ganz toller Vater. Rockstar Games. An einem regnerischen Abend kam Katrin nach Hause und musste feststellen, dass jemand ihren Schokoriegel gegessen hatte. Sie fragte ihre Geschwister, wer es war. Laura sagte, sie habe in ihrem Zimmer trainiert und esse gar keine Süßigkeiten. Susi sagte, dass sie niemals die Schokolade von jemand anderem essen würde. Sandra sagte, sie sei draußen gewesen, um die Pflanzen im Garten zu gießen und sei eben erst ins Haus gekommen. Wer hat gelogen? Die dritte Person, weil... Jetzt müsst ihr kurz den Grund erraten. 3, 2, 1. Es hat doch geregnet. Nicht wahr? Ich tippe mal auf Sandra. Es regnete doch. Also, warum hätte sie die Pflanzen gießen sollen? Esme war mal wieder im Wald unterwegs und hatte sich verlaufen. Und statt den Weg nach Hause zu finden, fand sie das Haus der Hexe. Sie streichelte die schwarze Katze und bat die Hexe, sie nach Hause zu zaubern. Aber die Hexe wollte, dass Esme erst ein Rätsel löst. Ich versuche mal, wie eine gruselige Hexe zu klingen. Schau, hier sind vier Buntstifte. Sie sind in dieser Reihenfolge. Ein Buntstift, zwei Buntstifte, dann drei und vier. Dreh die Reihenfolge um, sodass sie von vier zu eins geht. Aber du darfst nur einen Buntstift bewegen. Okay, genug hexisch gesprochen. Wie soll Esme das schaffen? Ich würde den orangenen Stift nehmen und zwischen die beiden setzen. Ja. Ne? Richtig? Richtig. Ganz einfach. Esme braucht nur den dritten Buntstift aus der Vierergruppe nehmen und inzwischen den ersten Buntstift und die Zweiergruppe legen. Nur ein Fehler. Okay, hier habe ich ein Labyrinth für dich. Das ist unglaublich. Findest du den Weg raus? Ja, hier geht's lang. Oh. Ich habe es, Leute, ich habe es gerade verpennt. Ich habe, ich habe gerade echt Brain AFK. Im Mäuschen den Weg zum Käse zu finden. Ey, soll ich das jetzt aufzeichnen? Soll ich jetzt auf meinem Monitor, soll ich jetzt hier malen? Okay, Leute, wir machen das so. So, ich mache jetzt hier eine Maus, ja? Und dann machen wir mal so, ich probiere jetzt mal herauszufinden. So. Sackgasse. So, dann hier. So, ich habe es. Es sollte diesen Weg nehmen. Ja, habe ich, komm. Jetzt testen wir deine Aufmerksamkeit. Schau, hier sind ein Ball und drei Becher. Ich lege den Ball unter den mittleren Becher. Deine Aufgabe ist es, den Becher mit dem Ball nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt kommt's. Und dann sag mir, wo der Ball ist. Bist du bereit? Los geht's. Mhm. Also, wo ist der Ball? Mitte, Mitte, Mitte. Schau, da ist er. Und, hast du es geschafft? Ja, klar. Jetzt habe ich vier Becher und ich werde sie schneller bewegen. Oh. Ich verstecke den Ball unter diesem Becher. Pass auf. Das war unfair. Hat nicht gesagt, wann's losgeht. Was glaubst du, wo er ist? Der letzte. Der Ball ist hier drunter. Ja. Wärst du ein guter Detektiv? Ich habe ein paar Fälle für dich, die du knacken musst. Eine junge Frau, Sarah, verbrachte ihren Abend lesend mit einem Buch. Sie hatte nichts gegessen und nichts getrunken. Trotzdem fühlte sie sich plötzlich schlecht und rief die Notruf. Wie sich herausstellte, wurde sie vergiftet. Aber wie? Das Buch, weil sie hat immer mit der Zunge geleckt am Buch, ne? Oder? Sarah leckte sich die Füße, um die Seite zu retten. Alter, ich bin so gut. Ich bin so gut. Bro, Props an mich, Alter. Darum erst mal ein Schlückchen, Alter. Ah. Das Gift war auf den Seiten des Buches. Eine andere junge Frau, Cindy, wurde ebenfalls vergiftet und ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchung ergab, dass sie an diesem Tag nichts gegessen oder getrunken hatte. Aber was hat sie dann vergiftet? Findest du es heraus? Keine Ahnung, der Lippenstift. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Cindy hatte nichts gegessen. Aber schau mal, sie trägt Lippenstift. Darin muss das Gift sein. Ey, im Ernst. Das ist ja mal so dämlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das errate. Aber das war... Das ist das Ernst. Ich habe einfach nicht zugehört. Die Polizei muss jetzt nur herausfinden, wer der jungen Frau dieses Produkt gegeben hat. Frau Beate Sommerfeld rief die Polizei und meldete, dass ihre Diamantkette aus ihrem Zimmer gestohlen wurde. Jemand war eingebrochen und hatte das Fenster eingeschlagen. Ein Detektiv kam zu ihr nach Hause und sah, dass das Fenster zerbrochen war und das Zimmer verwüstet wurde. Glaubst du, dass die Frau tatsächlich bestohlen wurde oder hat sie das Ganze nur inszeniert? Wie sollte der Dieb denn da wieder rausgekommen sein? Der würde doch niemals durch das Glas passen, oder? Niemand hat Frau Sommerfeld ausgeraubt. Wenn das Fenster von außen eingeschlagen worden wäre, müsste Glas auf dem Boden liegen. Aber der Boden ist sauber, was bedeutet, dass das Fenster von innen eingeschlagen wurde. Wahrscheinlich von Frau Sommerfeld selbst. Tja, ein bisschen sass. Ich gebe mir jetzt leider keinen Punkt, weil ich habe den Grund nicht rausgekommen. In Sommerferien luden Petras Freunde sie zum Zelten ein. Petra war kein großer Fan vom Campen, aber sie wollte auch nicht zugeben, dass sie lieber zu Hause bleiben und TV schauen wollte. Also erzählte sie, dass sie mit ihren Eltern nach Griechenland fliegen wird. Aber in Wirklichkeit blieb sie zu Hause und schaute sich Serien an. Ihre Familie schickt... Ey Leute, ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist gerade komplett ausgesetzt. Ich glaube, ich kriege gerade gar nichts mit, Leute. Wir machen danach noch ein Rätsel. Ich versuche mich noch zu konzentrieren, aber irgendwie... Ich habe einfach komplett... Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe gerade komplett den Aufmerksamkeitsstatus verloren. Nach ein paar... Es ist super anstrengend. Es ist super anstrengend. Rechts ist... Es ist immer das gleiche Bild. Sie hat sich reingefotoshoppt. Ich sage es mal so. Petra trägt auf jedem Foto dasselbe Outfit. Das ist sehr verdächtig. Ja, das ist krass, Leute. Ich habe... Macht die Rätsel kürzer, Sonnenseite. Weil wenn es diese Art von Lösung ist, dann kann man sie auch ein bisschen kürzer machen, weil... Ja, man hätte einfach nur das Bild zeigen können. Petra war im Urlaub. Das stimmt aber nicht. Hier hast du drei Bilder. Woran liegt es wohl? So, fertig. Warum die ganze Geschichte? Warum muss ich die ganze Geschichte erfahren? Jedes Mal muss ich alle Daten aufzeichnen, abspeichern im Kopf, meinen Speicherplatz im Gehirn auf Verschwenden dafür und dann muss ich sie wieder abrufen und dann vergesse ich sie. Ja, ich will lieber meinen Speicherplatz im Kopf ein bisschen mehr nutzen, ja, indem ich zocke oder sowas. Im Teenager-Alter. Bonnie, Cassie und Sierra. Sie hatten alle Stuben-Arrest und durften das Haus nicht verlassen. Trotzdem sah eine Nachbarin eines der Mädchen im Einkaufszentrum. Frau Henke kam nach Hause und fragte die Mädchen, was sie gemacht hatten. Bonnie sagte, dass sie den ganzen Tag gelesen habe. Cassie sagte, dass sie in ihrem Zimmer gemalt habe. Sierra behauptete, dass sie den ganzen Tag im Garten war und gerade ins Haus gekommen sei. Welches der Mädchen war im Einkaufszentrum? So, ich sag jetzt mal so, Leute, es war die letzte, hier die, warum? Sie hat Stuben-Arrast, Arrast, sie hat Stuben-Arrast, ja, und darf nicht aus dem Haus und ist jetzt gerade ins Haus gekommen. Also, ich hab dich exposed, ja. Ich hab dich exposed. Come on. Sowohl Cassie als auch Sierra haben etwas Schmutz an ihren Schuhen. Bei Sierra ist das in Ordnung, weil sie ja im Garten war. Aber Cassie sagte, sie hätte ihr Zimmer nicht verlassen. Das heißt, sie hat ihre Mutter angelogen. Yvonne wollte schon immer eine Katze haben. Hä, wer ist denn jetzt die... Sie? Aber die hat doch das Haus verlassen, jetzt Hausarrest. Nö, ich geb mir jetzt 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leute, ihr könnt euch auch 10 Punkte geben. So, an der Stelle würde ich sagen, ich hab am Ende des Videos 23 Punkte erreicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Punkte ihr hattet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein und ciao.